Hallo ihr Lieben, Christian Schöner, Paterwold, beziehungsweise Kult, Psychologe und diesmal wieder im Blog rund um die Themen der Dimension Liebe und ja heute haben wir mal ein bisschen andere Mail, wenn du mal auch Fragen schaffst, kannst du was Kontaktformular auf liebeschiff.de machen. Heute haben wir mal, wo ich auf den ersten Blick, ich habe einmal kurz über die E-Mail drüber geguckt, sagen würde, ja keine toxische Beziehung und wie da so die Problemlagen sind, ist ja nicht so, dass es immer alles easy läuft, vor allem wenn man ewig zusammen ist und denke, das ist eine schöne, finde das eine sehr schöne Mail, ja wie sieht das so Langzeitbeziehungen aus, was gibt es da für Themen und genau, schauen wir uns mal an. Lieber Christian, vor einigen Wochen bin ich auf deinen Podcast gestoßen und total fasziniert von der Arbeit, kann ich verstehen, ich habe die Hoffnung, dass du mir helfen kannst bei meinem Thema, das für mich, für das ich mich sehr schäme, also was ich jetzt auf den ersten Blick gesehen habe, also schämen muss ich ja für gar nichts, das ist, also die Probleme, die jetzt hier kommen, sind normal, da kann mir einer erzählen, was er will, das ist eben nicht alles Rosamunde-Pirchers-Probleme, Langzeitbeziehungen und ja. Grob zusammengefasst geht es darum, dass ich mich frage, ob mein Partner und ich beide bindungsängstlich sind, das schwuckt mir im Kopf herum, seit ich deinen Podcast kenne, oder lieben wir uns einfach nicht wirklich. Ja, das Problem ist, dass halt immer lang zusammen ist, ist Liebe nicht so irgendwas, was einem so entgegenspringt irgendwie, ne, dass viele sagen immer so, dass sie ihren Partner am meisten lieben, wenn er mal im Urlaub war oder wenn er wiederkommt oder in irgendwelchen besonderen Situationen, wenn der Partner irgendwas Tolles macht, irgendwie beruflich oder so, also das ist manchmal schwer zu fühlen, weil es gibt ja schon diesen Coolidge-Effekt, heißt der, dass irgendwie so was Neues immer interessanter ist tendenziell so und das, was wir haben, was vielleicht Gutes, ja und Juli macht auch mit heute, was Gutes, dass wir das manchmal nicht sehen können oder nicht mehr sehen können, dass es gut ist, bis wir das dann nicht mehr haben und das ist manchmal ein bisschen vertrackt so, ne. Genau, ich bin weiblich und Ende 30, das Thema Beziehung mit Männern war bei mir irgendwie immer schwierig, so richtig verliebt war ich eigentlich nur dreimal in meinem Leben, das ist auch nicht ungewöhnlich, jedes Mal unglücklich, zweimal davon war es so, dass ich zwar etwas mit den Männern hatte, es aber nie in eine Beziehung mündete, mit meinem jetzigen Partner bin ich fast zehn Jahre zusammen, wir haben mittlerweile drei gemeinsame Kinder, die alle unter sechs sind, ja auch wirklich schön mal eine Mail mal aus in einer langen Beziehung zu kriegen, keine Single, weil ich freue mich auch über Single-Mails, aber alles gut, Kinder unter sechs zählen immer doppelt, das habe ich in der, so sehe ich das in der Paartherapie immer, ne, die zählen doppelt, also das heißt, es ist wie sechs Kinder, also es ist, heißt für mich super anstrengende Zeit, darf man sich nicht wundern, wenn die Beziehung mal ein bisschen in Schieflage kommt, das ist echt krass, ich meine, früher war es normal, aber heutzutage ist es, ist ja schon fast Luxus, also drei Kinder unter sechs, das ist echt krass. Wohnzeit ist damals als Affäre begonnen, auch das ist nicht wirklich ungewöhnlich, ne, so, wir waren beide Single, es ging erstmal nur um sechs, das hat er mir von Anfang an gesagt und ich war auch einverstanden damit, weil er optisch nicht so ganz mein Typ war und ich einfach die körperliche Nähe genießen wollte. Ich hatte die Affäre damals nach einigen Monaten beendet, weil sie zu nichts führte, als wir dann uns circa ein Jahr später zufällig wieder getroffen haben, wollte er plötzlich mehr und da wurde auch schnell eine Beziehung draus. So kommt man zusammen, das ist halt nicht am Reißbrett geplant und, und ja, man sieht einfach, also ihr habt schon so Drive zueinander, es ist eben nicht wie oft bei diesen toxischen Sachen, dass sie bam, losgehen und dann wird nichts draus, sondern hier, ja, es ist, wie gesagt, man kann es eben nicht am Reißbrett planen, es geht im Grunde genommen langsam los, aber es geht in die, letzten Endes jetzt in die richtige Richtung auf jeden Fall, ne, und, ähm, ja, okay. Generell habe ich mich, äh, ja, vielleicht wollt ihr euch auch beide ausleben hier, ne, genau, und jetzt, ähm, wollt ihr aber was anderes, möchtet ihr die Seele was anderes, ne. Generell habe ich mich damals ganz gut ausgelebt, solche Affären, das waren keine Dreiecke, habe ich mehrmals geführt und auch hin und wieder bei einer Szene es gab, ja, alles gut. Man, ähm, probiert sich aus und, ja, mit der eine mehr, der andere weniger. Es hat mir viel Bestätigung gegeben, einige von den Männern wollten auch mit mir zusammen sein, äh, das wollte ich eigentlich nie, jedes Mal, weil ich irgendwie keinen echten Gefühl entwickeln konnte. Ja, also, es ist schon so, das ist so ein bisschen, also, Ausleben ist eine feine Sache, der Nachteil ist davon, dass man da nicht mal schlecht rausfindet, so, ne, dass man da, ähm, ähm, also, ich meine, es würde so Forschung geben, dass Menschen manchmal, also, ich glaube, wenn man sich jetzt gar nicht ausgebt, ist, glaube ich, auch nicht so gut, aber wenn Menschen manchmal relativ früh zusammenkommen, also, ich meine jetzt nicht mit 16, 17, 18, sondern, was weiß ich, Anfang 20 oder so, äh, relativ früh zusammenkommen und gar nicht, äh, durch so eine, ähm, Sachen gehen, ach, ich muss jetzt mal 10 Männer vergleichen oder 10 Frauen und wir sind die und, sondern sich dann finden und das dann auch wertschätzen, was sie haben, ist manchmal leichter für Langzeitbeziehungen. Das ist immer das Problem, äh, heutzutage wollen sich ja alle, äh, das ist jetzt auch überhaupt keine Kritik, also wollen sich ja alle ausleben in die 20er, okay, oder teilweise auch in die 30er und dann wundern sie sich, dass sie nicht den Weg zurückfinden zur Langzeitbeziehung, das wird, das wird nicht unbedingt leichter, so, ne, äh, mein Partner hat eine ähnliche Vorgeschichte, er ist ein paar Jahre älter und ich hatte vor mir und hat, er hatte vor mir nur eine Beziehung gehabt, die allerdings nur drei Monate gedauert hat. Das zählt eigentlich nicht, das ist eigentlich gar nichts, ne, also, keine Beziehungserfahrung im Grunde genommen, jetzt rechne ich mal so ein bisschen, äh, vielleicht ist sein Partner auch, nee, das können wir ja jetzt ausrechnen, der ist Anfang 40 und dann seid, ähm, Anfang 30 zusammengekommen, für dich Ende 20 und er hätte bis dahin eigentlich nie eine Beziehung, also das ist schon sportlich, aber auch heutzutage nicht mehr ungewöhnlich eigentlich, aber, okay, ähm, er hätte auch, äh, zahlreiche Sexualpartnerinnen, ähm, traurigerweise muss ich sagen, dass die beiden Beziehungen, die ich vorgeführt hatte, mir rückblickend eigentlich nichts bedeuten und ich nie wirklich Verliebnisse in Männer gewesen war. Äh, ich war nur mit ihnen zusammen, um nicht alleine sein zu müssen, ich schäme mich sehr dafür. Ja, da bist du aber in guter Gesellschaft, ne, also, ich würde mal sagen, äh, also letzten Endes, glaube ich, wollen die meisten Menschen nicht gerne allein sein, auch wenn sie allein sind, wollen es nicht gern und, also, wenn ich jetzt überlegen müsste, wie viel Prozent der Beziehungen zusammenbleiben, weil Menschen einfach nicht alleine sein wollen, auch wenn sie nicht mehr völlig überzeugt sind von einer Beziehung. Das ist halt so, ne, ich meine, ob die jetzt dafür, ja, klar, ich meine, in der idealen Welt hat man mega, Drehungskompetenz kann super alleine sein, ähm, ja, ich habe heute mal einen gnädigen Tag, wie ihr merkt, äh, ja, es ist halt so, ne, es ist halt so. Ähm, die eine Beziehung ging, äh, circa zwei Jahre und die andere ein Jahr. Beide habe ich beendet. Nun zu meinem aktuellen Problem. Mein Partner und ich sind nicht verheiratet. Auch wenn wir ganz ehrlich darüber reden würden, liegt das wohl daran, dass wir nicht uneingeschränkt Ja zueinander sagen können. Äh, ich habe das Gefühl, es liegt unausgesprochen in der Luft, seit wir zusammen sind, dass es eher ein Ja inzwischen uns ist. Mein Partner war damals total begeistert, äh, meine Familie war damals total begeistert von meinem neuen Partner. Sie und meine Freunde finden, dass wir ein großartiges Bild zusammen abgeben und niemand kann verstehen, wo wir nicht heiraten wollen. Ähm, äh, ich könnte mir vorstellen, also es ist mein Bauchgefühl, dass ihr ein Superpaar seid. Und ehrlich gesagt, äh, wie hat mein Ausbilder damals immer gesagt, ähm, also ein Jein oder ein Amb... Nee, er hat immer gesagt, er hat nicht Jein gesagt, er hat gesagt, ambivalent zu Menschen zu sein, ist das Normale. Das ist das Normale. Das ist, wenn man es nicht überdeckt wird durch, äh, toxisches Drama, wo man erst denkt, ich habe überhaupt nichts gegen den Partner und dann, ich habe ganz viel gegen den Partner und dann, ich habe überhaupt nichts gegen den Partner, äh, bist du jetzt in so einer Position, wo du sagen kannst, ja, es gibt Seiten, zu denen ich Ja sagen kann. Es gibt Seiten, die finde ich nicht so gut. Also ich weiß, das würden jetzt viele vielleicht sagen, ja, es ist bindungsängstlich, aber ist das nicht ein Stück weit normal? Und ja, klar, vielleicht habt ihr ein bisschen Bindungsangst, will ich jetzt nicht, auch wegen dieser, äh, also Bindungsvermeidung, sage ich jetzt mal, auch wegen dieser Vorgeschichte, auch mehr oder weniger ohne lange, feste Beziehungen, ja, vielleicht habt ihr das ein bisschen. Das mag sein und vielleicht ist es deswegen ein bisschen mehr Jein bei euch als bei, äh, bei anderen, aber was, mit wem wollt ihr euch da vergleichen, ne, wer, zeichnet mir das Paar mit drei Kindern unter sechs, was komplett glücklich ist? Also, sorry, das weiß ich nicht, wird es vielleicht geben, aber ist sicherlich selten. Ähm, und, ähm, ja, also, das, ich kann das irgendwie nachvollziehen, weil das, ich meine, ihr seid, ihr habt ganz viel Bindung, ne, durch die Kinder und, und was weiß ich und, und ja, die Gesellschaft sagt, ja, dann ist doch heiraten kein Problem und, klar, dann ist das halt für euch ein Problem und deswegen könnt ihr trotzdem ein gutes Paar sein. Vielleicht sagt ihr, oh, der, das ist jetzt zu viel Bindung, ne, noch zu heiraten, okay, ne, und, ähm, vielleicht, vielleicht ist es auch ein bisschen Bindungsvermeidung, aber, äh, also jetzt mit der Vorgeschichte, dass er eigentlich überhaupt keine festen Beziehungen hatte, du eigentlich auch nicht viel, habt ihr das echt gut hingekriegt bis hierhin, ne, muss ich schon sagen, ey. Ähm, offensichtlich finden ja alle, dass ihr ein gutes Match seid, irgendwie, ne. Niemand kann verstehen, warum wir nicht heiraten wollen, nach Beginn, ja, ich meine, es gibt heute nicht mehr viel Gründe zu heiraten, aber nochmal ganz ehrlich, ne, das ist, äh, also es ist irgendwo auch ein gesellschaftliches Konstrukt und auch ein rechtliches Konstrukt und ja, man kann das machen, wenn man das fühlt, aber wenn man es nicht fühlt, dann eben nicht so, ne, also es ist nicht mehr so, dass man es machen muss, finde ich, ne. Ähm, und ich kann verstehen, dass ihr da zögert, weil unter Umständen würde das Heiraten eure Beziehung über die Klippe bringen, dass ihr einfach sagt, das ist jetzt einfach zu viel, das ist einfach zu viel Bindung. Habe ich oft erlebt in der Paartherapie, wenn, wenn Paare spät, sehr spät heiraten und sowieso schon so viel Bindung da ist, dass es dann mehr Probleme macht, als es löst, so, ne, da muss man echt aufpassen, dass man da ehrlich mit sich ist, mit sich ist und da seid ihr, glaube ich, ne, das finde ich gut, ne. Ähm. Nach Beginn unserer Beziehung, damals hatte ich einen Anflug von Panik mit dem, aus einem Anflug von Panik mit dem Schluss gemacht, weil ich dachte, dass die Gefühle nicht reichen. Ich weiß noch, wie er auf der Treppe stand und dann doch wieder zurückgegangen bin zu ihm, weil ich dieses Schlussmachen einfach so satt hatte. Ich habe mich grundsätzlich immer sehr wohl gefühlt mit ihm zusammen. Ich konnte einfach ich sein und entspannen. Seinen Geruch, seine Stimme und seinen Humor liebe ich bis heute. Er ist ein wunderbarer Vater und wir teilen die gleichen Werte. Ja, sorry, das sagen zu müssen. Ihr seid einfach in einer normalen Beziehung. Das ist einfach so, ne. Und das ist gut. Ähm. Und doch ist da so eine seltsame Leere zwischen uns. Ja, die man nur fühlt, wenn man sich jetzt nicht ständig ablehnt, ablehnt, äh, ablehnt, sag ich schon, ablenkend durch alle möglichen Sachen. Ähm, ja. Äh, wir sind als Eltern im Großen und Ganzen auch ein super Team und haben immer noch regelmäßigen Sex. Ihr habt, also wie das mich hier erscheint, einfach eine gute Beziehung. Das ist alles ein Stück weit normal, auch wenn man drei Kinder großzieht, dass man auch mal Leere empfindet. Und, äh, das ist alles normal irgendwie, ne. Und, äh, auch Leere empfinden. Das ist ein Teil des Lebens ist leer, ne. Das ist einfach so. Und, äh, klar, wenn man jetzt toxische Beziehungen führt, ist man, äh, ständig abgelenkt, ständig, äh, muss man das nicht fühlen, irgendwie so, ne. Äh, trotzdem steht dir natürlich frei, zu tun, was du willst, ne. Das ist, ah, aber, ich meine, du weißt wahrscheinlich selber, wenn du jetzt so das beendest und auf den Datingmarkt gehst, das ist, pfff, wie gesagt, man sagt ja, 70% der Menschen bereuen langfristige Trennung nach fünf Jahren und ich könnte mir gut vorstellen, dass du zu den 70% gehören würdest. Ähm, aber, äh, aber, ja, jetzt up to you, ne. Wenn du, wenn du sagst, es ist, aber da kommen wir leider noch zu, ne. Vielleicht ist es dir einfach zu langweilig gerade, aber, naja. Beispielsweise findet der tiefere Gespräche aber enorm anstrengend. Er schaut mir beim Batsport auch nicht, äh, nie in die Augen und ich werde das Gefühl nicht los, dass er mich als Person gar nicht richtig sieht, liebt. Gut, das kann ich jetzt, äh, wenn das so wäre, das wäre natürlich nicht gut, aber da du da so wenig zu schreibst, frage ich mich, wie groß das wirklich so ist, so. Also, du bringst dir ja nicht wie sonst über die Fakten, der hat das gemacht, das gemacht, das gemacht, äh, das ist ja nicht, ne. Und, ja, vielleicht ist er ein bisschen bindungsvermeidend, aber, ja, scheinbar gibt es auch viel, was euch verbindet, so, ne. Äh, ich hatte auch sehr, äh, mit, dass ich damals gar nicht sicher sagen konnte, dass ich verliebt bin, als sie frisch zusammengekommen waren. Also, eins kann ich dir sagen, viele Paare, die ewig zusammen sind, ist ja nicht so, dass es bei euch wirklich langweilig ist, also, das ist es ja nicht, ne. Viele Paare, die ewig zusammen sind, sind genau so zusammengekommen. Das mit der Verliebtsein, das ist eine tolle Sache am Anfang, ähm, und ich, ist auch schön wirklich, ne, und das schafft auch eine Basis, so, ne, ne, aber es ist wirklich witzig, viele Beziehungen, die ewig zusammen sind, hatten relativ gemäßigten Start. Und wir wissen ja, viele toxische Beziehungen hatten einen Megastart, ne, aber, ja, das sind, äh, das sind, äh, also, aus meiner Sicht ist das alles relativ normal. Äh, ich habe auch immer wieder Phasen, in denen mich seine große Nase irgendwie stört. Ich weiß, das klingt total furchtbar, und ich hätte gedacht, dass sowas nach, äh, äh, von der Beziehung keine Rolle mehr spielt. Ich frage mich, ob das Projektionen sind, ich bin mit meiner eigenen Nase nämlich auch nicht so zufrieden. Äh, ich spüre da, oder habe zumindest am Anfang der Beziehung eine quälende Ambivalenz auch gespürt. Ja, also vielleicht, ja. Also, es kann gut sein, dass ihr, könnt mir gut vorstellen, dass ihr ein paar Bindungsvermeidungsthemen habt, aber auf dieser Basis habt ihr das super hingekriegt bis hierhin, ne. Und, ja, vielleicht hast du so einen schwächeren Zoom in seiner Nase. Ja, das ist, also, ehrlich gesagt, wenn das alles ist, noch finde ich normal in einer Langzeitbeziehung, so, ne. Äh, ähm, Es geht auch so krass in Phasen. Manchmal fühle ich nur Dankbarkeit für alles, was wir zusammen aufgebaut haben und finde ihn sexy und bin einfach happy. Und da kommen wieder diese furchtbaren Zweifelsphasen. Fakt ist, dass wir, ja, das ist normal. Langzeitbeziehung. Ich meine, das ist ja nicht, dass es immer so stetig Rosamunde-Pilcher-mäßig geht. Man muss ja auch mal eine distanzierte Phase haben, um wieder zu spüren, so können, was man hat, so, ne. Also, das muss ja auch so Bewegung sein in einer Beziehung, ne. Und, also, was wir machen können, können wir gleich noch so. Aber, äh, das, das, das kann nicht immer gleich sein. Dann spüren wir gar nichts mehr irgendwie, ne. Ähm, Fakt ist, dass wir drei wundervoll gemeinsame Kinder haben und deshalb werde ich immer dankbar für unsere Beziehung sein. Nun ist mir einiges passiert, dass ich mich bei der Arbeit ein wenig verguckt habe von einem Kollegen. Okay, nicht nur, weil er eine kleine Nase hat, sondern weil ich auch enorm gut mit ihm reden kann, und er irgendwie eine ganz besondere Nähe fühle. Tatsächlich sehe ich diesen Kollegen nicht mehr, weil ich den Job gekündigt habe. Und bin mir auch sicher, äh, bin mir auch sicher, dass es gar nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Trotzdem hat mich das Ganze in eine Art Mitlauf-Crisis gestürzt. Ja, das hört sich ganz so an. Und ich frage mich, was ich tun sollte mit dieser diffusen Sehnsucht nach mehr Liebe. Ja, Mitlauf-Crisis muss man annehmen und durchleben. Und man weiß auch nicht hundertprozentig, was dabei rauskommt. Aber selbst mal einen Kollegen attraktiv zu finden, das ist normal alles, ne? Das ist alles normal. Oder auch mal kurzzeitig sich verguckt zu fühlen, ein bisschen verknallt, ist alles normal irgendwie. Und, ähm, ja. Gut, also ich würde euch auf jeden Fall, also ihr seid ein ideales Bar für eine Paartherapie, auf jeden Fall. Ähm, oder auch, wenn ihr selber was, was ihr selber machen. Ich habe ja auch so ein paar Kurs übrigens. Irgendwie findet man aber nur, wenn man oben auf die Paartherapieleiste geht, so, den könntet ihr auch mal machen. Und, äh, ansonsten würde ich, wie ich immer so sagen, das Toxometer ein bisschen hochfahren. Äh, dass ihr so ein bisschen mehr Action macht, ne? Actionreiche Dates, äh, ohne die Kinder was machen. Ähm, alle zwei Wochen daten, Babysitter haben. Tantra-Kurs, whatever. Also jetzt nicht, das sind einfach nur Beispiele, ne? Ähm, weiß ich nicht, im Libanon Urlaub machen. Äh, also dass ihr zusammen Abenteuer erlebt. Äh, auch Sachen, also dass ihr einfach auf achtet, dass genug Bewegung in der Beziehung ist, ne? Ob wir was getrennt machen. Und, aber wie gesagt, das kann, Midlife-Crisis, drei Kinder unter sechs, ähm, also es kann gut sein, dass das in zwei Jahren, dass du wieder fein bist, so, ne? Aber innere Leere kann man auch haben ohne Partner oder mit einem anderen Partner. Also, also, würde ich an deiner Stelle, würde ich mich da mal auf einen Journey machen. Okay, was bewege ich mich gerade? Was bewege ich gerade? Aber, äh, jetzt so eine, ja, ein, wie es mir scheint, gut funktionierende Beziehung aufzugeben, da müsste, finde ich, schon ein bisschen mehr passieren. Und, äh, klar, wenn man, äh, es gibt auch definitiv ein Bedürfnis nach, 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 nach Abwechslung und was weiß ich. Und letzten Endes musst du das natürlich wissen. Aber, ähm, das ist wirklich eine sehr interessante Mail, weil das, was wir hier sehen, würde ich sagen, ist normal. Und, ja, ähm, das ist halt vielleicht auch mal, wo manche dann fremdgehen und was weiß ich, wenn da die Langeweile aufkommt. Und, äh, da gibt es ja auch keine, gibt es jetzt kein Patentrezept, wie gesagt, ne. Äh, man muss halt immer damit leben können, was man macht. Wenn man jetzt sagt, das sind wir alles, trotz gut funktionierender Beziehung, trotz, dass wir gemeinsam Eltern sein können, ist mit uns das, mir ist alles zu langweilig. Ja, dann kann man Abwechslung suchen, muss aber den Preis bezahlen, so, ne. Ähm, aber was ich jetzt hier gut finde, weil das ist ein gutes Bild von einer normalen Beziehung, das, so sieht die aus, ne. Und mit dieser ganzen Ambivalenz und so, äh, und nicht, dass man eine falsche Vorstellung hat, was eine langfristig normal gute Beziehung ist. Ja, vielleicht gibt es noch bessere Beziehungen, ja. Ähm, vielleicht, äh, wie gesagt, vielleicht kann man mit, auch, deswegen kann man jetzt auch auf Tantra, glaube ich, mit Sex in die Augen gucken, vielleicht kann man an solchen Sachen arbeiten, muss ja auch nicht mal Tantra sein, es kann auch, äh, hier so eine Paartherapie nach, äh, David Schnark, äh, sein, irgendwie, ähm, da macht man auch so viele Sachen mit in die Augen gucken und so. Und, äh, ja, ihr könnt auch in dieser Bindungsvermeidung arbeiten, man muss natürlich aufpassen, dass man nicht zu viel macht, weil wenn man zu viel daran arbeitet, ist ja auch wieder Bindungs- und das ist immer so ein bisschen das Problem. Ähm, ähm, aber, ja, ich würde es also absolut ernst nehmen, ne, was, ne, ich würde da schon auf die Suche machen, was, was will meine Seele gerade, was ist hier Phase, ähm, aber du bist ein super Beispiel dafür, wenn man ein bisschen Issues hat, würde ich jetzt schon sagen, mit Bindungsvermeidung, wie dann eine stabile Beziehung aussieht und, ähm, ja, du weißt, was die Alternative ist, ne, das, äh, und es ist die Frage, ob du das wirklich willst, so, ne, äh, dass eine neue Beziehung besser wäre als diese, halte ich für schwierig, weil du hast die ganzen Probleme mit Patchwork, äh, und sicher wäre dir am Anfang interessanter, ne, für deine kleine Lärmheit, ähm, ähm, aber, ähm, auf die Dauer wäre die Frage, ob es besser wäre als diese hier, so, ne. Ja, dann noch die Frage, ähm, zu den Kursen, äh, wie gesagt, den Paartherapie, äh, Kurs könnte ich dir empfehlen, ansonsten, äh, hätte ich jetzt von Schaden sagen, Spiritualität und meinstig alles Leben, Manifestation-Challisch, könnte ich mir gut vorstellen bei dir, ähm, ja, ich glaube, da würde ich mal reingucken. Ja, in diesem Sinne, schick uns gerne mal ein Update, oder mir, und wir sehen uns bald wieder. Schau, ihr Lieben. Musik 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 Untertitelung. BR 2018